Hallo und herzlich willkommen meine Damen und liebe Freunde, grüße euch alle ganz herzlich, ich heiße Daniel und heute möchte ich hier Train Simulator Hour 2020 spielen, viel Spaß bei zuschauen. Und ich werde auch gleich hier in zwei verschiedenen Sprachen sprechen, Deutsch, Rumänisch, warum Deutsch, warum Rumänisch, weil ich eine Deutsche, auch eine Rumäne bin. Und ich werde auch gleich in andere Sprache übersetzen, Salutare Tutoror, was salut, mein Name ist Daniel, ich heiße, sag du diese Jogtren, Simulator, Domi, Dose, ich werde das Tutoror, Visionare Pläkute. Hier auf der linken Seite haben wir ein kleines Menü und hier steht mehrere Sachen hier angezeigt und auf der unteren Seite haben wir ein Hauptmenü, Leste, Checkpoint laden oder Zugdienst erneut spielen, zum freien Spiel zurückkehren oder Reise vorsetzen, wir werden auch die Reise vorsetzen. Und wir werden hier einmal drücken, hier Reise vorsetzen, warum Reise vorsetzen, weil wir habe bisher schon gespielt und deswegen Reise vorsetzen. Versteht uns das in Karte, wir warten einen kurzen Moment, es wird auch gleich geladet und dann es wird auch gestartet. Das sollte jetzt gleich gestartet sein. In Kuren Vaporni. In Kuren Vaporni. Entschuldigung, Versatz. Es dauert ein bisschen, normalerweise hätte schon lange gestartet, aber mein Reise ist ein bisschen belastet, weil ich lade schon mehrere Video auf YouTube und deswegen dauert ein bisschen lang. Okay, gleich geht's los. Wir müssen uns mal die Schlüssel einstecken. Oh, Chip Vaporni. Ich muss mal die Schlüssel. Was mach ich hier? Okay. Sieht gut aus. an einem ort anhalten wir können hier starten es ist winter schnee meine Damen und Herren, in kurze Zeit werden wir Wuppertal-Hobankhof erreichen und wünschen wir euch alle eine angenehme Fahrt schimmat călători, trenul S1, opera de 12 bani, sussește in gara Wuppertal-Hobankhof, gara principală și vă dorim călătorie plăcută vurmt o 어 o Quarte zipp ist, drei zehn Uhr. Ok, schon können wir jetzt starten. Schon wieder zu schnell. Langsam, 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 langsam. Meine Damen und Herren, in kurzer Zeit werden wir Wuppertal Unterbarmen Bahnsteig 4 erreichen und wünschen wir euch alle eine angenehme Fahrt. Stimați călători, în curând vom ajunge la stația Wuppertal Unterbarmen Bahnsteig, linea 4 și vă dorim călătorie plecută. Ok. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Warten Sie bis 13.07 Uhr. 25 Minuten. Eine Minute. 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 Domnilor, în curând vom ajunge la stația Wuppertal, Oberbarmen, linia 6 și vă dorim călătoria plăcută. Deine. 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 Vă. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Băi, ce viteză am băgat, băi. Fui atent, băi. Am trecut de gară. Viteză am băgat. 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 Viteză putin. Viteză am băgat. Deci nu gluma. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Uite, oamenii sărace se duc pe jos, până la stație. Aber meine Leute, ich muss in alle zu fust. Oha, so weit bin ich. Așa departe, cu ultimul vagon. Am ajuns pe peron. Telenarte m-a dus, uite, până în capătul lunii. Viteză, viteză, bagă viteză. Puteam să dau înapoi, dar am acolo un semnal, aici am un semnal. Momentul când dau înapoi, se schimbă pe roșu. Viteză, dăunei într-te trec pe roșu, se schimbă pe roșu. Nu că o săstă am asteptam elbine. Am ajuns în românischu sprăci. Es gab hier auch un signal, da. Momentan war grun. Da, am am Он. I. I. Das ist ein sehr schönes Spiel und hat auch seine Regel, wenn du aufrote Signal über 1st ist und alles vorbei ist. Bei Abend ist er. Der Mann muss dann die ganze Spiel von Anfang wieder neu starten und wieder spielen. Das ist ein sehr schönes Spiel, aber auch das ist ein sehr schönes Spiel. Ein ähnlich wie im Realität. Wenn du sie in der Schuze getauscht, ist er richtig. Das ist ein sehr schönes Spiel. Das ist ein sehr schönes Spiel. Das ist ein sehr schönes Spiel. Das ist ein sehr guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Deci trebuie să merg corect. Dacă vezi semnal roșu, trebuie să te oprești imediat. Dacă treci pe semnal roșu, gata. Nu mai e bun jocul. Trebuie să începi de la început. De asta trebuie să fii atent acum la ultima stație. Pentru că la ultima stație, de fapt, e acolo semnal roșu. Dacă ai depășit de semnal roșu, stai ales vorbei. Ich habe auch erzählt, bei der letzten Haltestelle sollte jetzt ein rotes Signal sein. Und wenn ich fahre über das rote Signal, ist dann Feierabend. Oh man, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Habe auch Nachtschicht gehabt. Und es ist jetzt 12 Uhr Mittag. Noch nicht schlafen. Aber ich fahre gleich. Möchte gleich schlafen gehen. Bin auch viel zu schnell. Keine sagte etwas hier. Hey Mister. Bist viel zu schnell. Tommy. Bist viel zu schnell. Bist viel zu schnell. Bist viel zu schnell. Eine Damen und Herren, in wenige Minute reichen wir Geweldsberg-West und wünschen wir euch alle ein Angelnmefahrt. Doamnelor și domnilor, stimați călători, următoarea sație va fi Geweldsberg-West și vă dorim tuturor călătorie plăcută. Să vă mulțumim pentru vizionare. Să vă mulțumim pentru vizionare. Să vă mulțumim pentru vizionare. Avantage de este poatele vizionare. Să vă mulțumim pentru vizionare. Contenuarea unor cu vizionare. Unde mai este o contagi. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Damen und Herren, in wenige Minute erreichen wir Geweldsberg, Haubanhof und wünschen wir euch alle eine angenehme Fahrt. Stimați călători, în curând vom ajunge la stația Geweldsberg, Haubanhof, gara principală și vă dorim tuturor călătorie plăcute. Bă, iar am băgat viteză, fii atent. Binau filțușnel, wiedergefahren. Binau filțușгли, k lucu sluși euch ver 1958. Garamann ist de barthului ilai pe care. Jumate de trai呢, parte. Marte de traina,ichtă fără, cu pentru următoare de gare . Genau, mit halbem Zug bin ich raus aus dem Bahnhof. Auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, in kurzer Zeit erreichen wir Gewellsberg knapp und wünschen wir euch alle eine gute Fahrt. Doamnelor și domnilor, stimați călători, vă dorim tuturor călătorie plăcută. În curând vom ajunge la stația Gewellsberg knapp, vă dorim tuturor călătorie plăcută. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă mulțumim pentru vizionare. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hagen-Westerbauer-Bahnsteig 1 und wünschen wir euch alle eine angenehme Fahrt. Stimați călători, în curând vom ajunge la stația Hagen-Westerbauer, linia 1 și vă dorim tuturor călătorie plăcută. O 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 călătorie plăcută. Așteptăm câteva secunde și pornim. O călătorie plăcută. 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 die Stadion Hagen-Herbing-Bahnsteig, Linie 1. Du te, du te cool, du, 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 du. Du, 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 du. Das ist nicht so. Das ist nicht so, das ist so, du. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. zu zerfahren ... 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 Und wir wünschen euch alle einen Angelemefahrt, doamnelor und doamnilor. Iar am Viteza prea mare, iar merke prea repede. In wenige Minute erreichen wir Hohenhof. Viel Spaß und zum nächsten Mal, doamnelor und doamnilor. Stimaß călători, ajungem imediat la Stația Hagen-Wechringhausen. Vă dorim tuturor călătoria plăcută. Shouldy Goon, scuzați. Cărători, ajungem imul lor. Tạpile Iarău. Hărău. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hagen-Bahnsteig-Svölf und Wünschenwirräu-Eich-Alle ein Angen im Fahrt. Doamnelor și domnilor, în curând ajungem la stația Hagen, linia 12. Spre ce și vă dorim tuturor, călătoria plăcută. Einstein, linia de coborâre? Băi, iar viteză prea mare, băi, tată. Fii atent ce prostie am făcut. Fii atent, băi, ce prostie am făcut, bă. Hai, te rog, ajută-mă, oprește-te punctual. Dacă trec peste semnal roșu, gata, am pus-o. De fapt, asta e ultima stație. Dacă trec peste semnal roșu, gata, am pus-o. Dacă trec peste semnal roșu, gata, am pus-o. Dacă trec peste semnal roșu, gata, am pus-o. Sie haben eine Silber-Metalik bekommen. Am primit o medale de Argent. Nichts chiar rau, nichts chiar bine. Așa, in 3. Aici mi arată toate grișele pe care le-am făcut. De când am plecat. La fiecare stație. Und de sere. Să găm trecucu vite-se prea mare. Hier zeigte mi auch hier die ganze Leistungskrafik. Die ganze Fehler, die ich gemacht habe. Ob ich bin auch viel zu schnell gefahren. Verspätung und alles Mögliche. Halte, Genauigkeit. Das gabine.